Was stinkt denn hier so? Ja, ich hab hier gerade mal einen fahren lassen. Ich hab gedacht, das merkt eigentlich keiner. Augen! Blick da! Hier, bitte! Brauchen wir nicht gleich anzuschreien. Währen sie doch mal die Augen auf. Nein, ich seh sowieso nix mehr. Bin doch schon halb blind. Gehen Sie mal ein bisschen auf die Bremse. Nein, morgen. Dumm fahren. Haben Sie einen an der Waffel? Ja, klar hab ich einen an der Waffel. Aber das hättest du vorher wissen müssen, bevor du eingestiegen bist. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bus Simulator. Ich bin KG und ja, lasst uns mal direkt loslegen. Wir haben noch jede Menge Arbeit vor uns. Das heißt, wir müssen uns wieder noch Strecken erstellen. Und diese müssen wir im Rundfahrtmodus fahren. Letztes Mal hab ich diese hier gefahren. Aber nicht im Rundfahrtmodus. Ich möchte die jetzt auch nicht wiederholen, weil wir wollen ja auch mal was Neues sehen. Deshalb erstellen wir die nächste. Auf der oberen habe ich schon einen Fahrer eingesetzt. Der wird es hoffentlich abfahren in der nächsten Runde. Wir werden uns jetzt... Oh, Moment. So. Wir werden uns diese Strecke jetzt erstellen. Ist aber auch ein bisschen blöd gemacht. Ein zentraler Omnibusbahnhof. Wir brauchen zwei Haltestellen in Siegwalden. Also mindestens zwei Haltestellen und mindestens zwei Haltestellen in Oakville. Nehmen wir mal drei, vier, fünf, sechs, ne, sieben. Genau, sieben. Da ist ein bisschen rumgefahren hier. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Und ich hoffe, die Strecke wird so akzeptiert, die ich erstellt habe. Dann speichern wir die mal. Wir haben zwölf Busse. Wir können eigentlich noch einen Fahrer zuweisen direkt. Mit Bus. Ach, ne, wir müssen erst noch einen Fahrer kaufen. Beziehungsweise einkaufen. Das heißt... Das heißt... So. Wir wählen uns den nächsten aus. Hat einen Abschluss in Psychologie. Steht auf dem Song I'm Gonna Be von den Proclaimers. Das hat eine Passion für Weltreisen. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich... Ja, komm, wir nehmen mal einen Lehrling. Weiß, wozu Pelletyp-Pro-Lyl oder wie das auch immer heißt, Isomirase-E dient. Wollte eigentlich Jura studieren. Weiß alles über die Nachbarskanze. Ja, dann an sie ja einiges über Monsi erzählen. Gehen wir mal jetzt zurück. Wir werden jetzt Christina zuweisen auf der neuen Strecke. Und wir haben ja noch einen Citaro-K übrig. Dann passt das ja. So. Gut. Ich denke mal, wir fahren die. Wir müssen aufpassen, dass wir die im Rundfahrtmodus fahren. Und legen wir mal direkt los. Fahr'n Tag. Und realistisch ist klar. Fahrkartenverkauf an. Rundfahrt an. So. Ich denke mal, das wird eine längere Fahrt heute. Und wir wählen uns mal einen Bus aus. Komm, wir nehmen den Citaro-K. Dann wollen wir jetzt mal den längeren Bus nehmen hier. Dann haben wir noch einen langen Bus. Dann kommen wir nehmen den A37. Und. Ja, starten wir mal direkt durch. So, da sind wir auch schon. Wir fahren jetzt erstmal zum Hauptbahnhof. Und setzen da an. So. Meine lieben Leute. Mit den Halterbucht 5 parken. Was ist der Bus? Ach, hier ist glaube ich Halterbucht 5 schon. Ruf ich doch. Ruf ich doch. Boah, das war knapp. So. Anhalten. Guten Morgen, meine Freunde. Eine Fahrkarte, bitte. Die Zwillinge. Die Zwillinge. Da musst du aber zwei bezahlen. Der andere schon reingegangen ist. Junge, 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 junge. 3,80 Euro. Danke. Bitteschön. Der andere ist schwarz gefahren. Ich hätte jetzt gedacht, er holt noch eine Fahrkarte für seinen Bruder. Oh, wir sind aber schnell unterwegs hier. Ja, blöd ist, dass man gleichzeitig mit dem Controller hier im Blickwinkel muss. Sonst sieht man gar nichts hier. Hey, was machen Sie so? Was ich so mache? Kare Bus. So, Leute, jetzt sehen wir auch mal ein bisschen was von der Stadt hier. Haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon. Aber es ist immer wieder interessant. Ja, Hans kommt doch zurück. Oder ist er schon zurückgekommen. Der hat auch eine Zwillingsschwester. Links hier. Seht ihr den ganzen Abfall an der Straße? Darum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Ja, ihr seid auch nicht besser. Ihr lasst eure Müll in meinem Bus liegen. So geht das nicht. Was ist mit der Ampel hier? Haben noch keine Zeit. Wir müssen im Rundfahrtmodus fahren. Rundfahrtmodus heißt, glaube ich, das Ganze... ...einmal die Strecke fahren und dann wieder zurück komplett. Und wenn du was zu essen holst, hier ist ein Italiener nebenan. Seht ihr? Da kannst du mir eine Pizza mitbringen. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Ja, habe ich doch gerade noch gesagt. Christina. Christina ist Hans seine Zwillingsschwester. Leute, es tun sich interessante Sachen auf. Boah, wir brettern aber auch hier durch die Altstadt oder was das hier ist. Das ist Old Town, ne? Oh, wir haben ein bisschen über die Brücke, genau. Gar nicht gerade gesehen, wie viel ich gefahren bin. Aber wir sind ja grundsätzlich zu schnell. Wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass ich nicht korrekt fahre. Also nicht immer. Was willst du? Mit dem Fahrrad wärst du garantiert nicht schneller. Glaub mir. Na, jetzt kriegen wir ein Foto. Oh. Gucken wir hier 70 fahren oder was? Ja, ich auch. Deswegen bin ich heute noch so ein bisschen verkatert. Auch wenn ich nicht so aussehe. Ja klar, haben wir es eilig. Schümmert dich mal nicht rum. Ja. Ja, aber gerade noch, Vater, wir es eilig haben. Eine Fahrkarte. Jawohl, Madame. Studentin. Okay. Ja, die kriegst du auch. 3,20 Euro. So, Madame. So, Fahrkartenkontrolle. Ich denke mal schon, ne? Kann man sehen, ja? Na klar. Sind doch nicht so viele heute im Bus hier. Okay. Ihr habt alle eine Fahrkarte. Können wir weiterfahren. So. Siegwald, Siegwald, Lido. Lido. Siegwald, Lido. So, was ist jetzt hier? Unsere berühmte, berühmte Kreuzung. Oder B-Stück oder wie auch immer. Da habe ich auch schon fleißig Unfälle gebaut. Letztes Mal bin ich in so einem Laster reingefahren. Ich weiß nicht, der hat auf einmal gebremst, glaube ich, oder so. Ne, der kam von links, genau. Und ich bin volle Lotte reingefahren. Wer schläft da in meinem Bus hinten? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Oh, Leute. Sehr pünktlich. Ja. Okay, Fahrkarte bitte. Weiß. Pünktlichkeit ist mein zweiter Vorname. Danke. Wer steht denn da in der Tür? Ich habe gerne ein paar Fahrkarten. Ein paar auch noch, ja. Eine Woche. Eine ganze Woche. Danke. Oh, das gibt gut Kohle. Sehr schön. Machen wir die Schatten dicht. Dann kommen wir direkt weiter hier. Ja. Oakville-Zentrum. Oakville-Zentrum. Gut. Ja, wenn wir in Oakville-Zentrum sind, dann müssen wir bestimmt runterfahren, glaube ich. Und dann nochmal einmal ganz rum. Stehen da Ziegen? Hey, 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 hey. Leute, war hier nicht irgendwo ein Blitzer oder so? Ich rufe mal nicht. Na, komm, wir fahren mal hier vorbei. Oh. Wie langsam soll ich denn noch durch die Schlaglöcher fahren hier? Langsamer geht nicht. Ey. Boah. Leute, der hat mich fast geschnitten. Nein. Boah. Ich hoffe, wir können jetzt noch zurückfahren. Ja, ich glaube, ich habe ein Auto gerammt. Fahr doch mal zurück hier. Ey, 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 ey. So, ich hoffe mal. Klappt. So. Ja, haben wir nochmal Glück gehabt. Ciao, ciao. Eine Woche. Eine Woche. Danke. Eine Woche. Standard. Danke. So, wer will? Wer will noch, wer hat noch nicht? Na, scheint ja ein interessanter Geburtstag gewesen zu sein. So, fangen wir mal wieder vorwärts hier. So, linken. Oh, da haben wir echt mal Glück gehabt. Sonst hätte man nämlich nochmal fahren müssen. Das wäre nicht so gut. Ne, so, äh, muss ich auch aufpassen hier. Oh, 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 oh. Aber ein Blitzer. Leute. Da stehen schon die nächsten Pfeifenköpfe. Ah, ja, ja, ja. So. Ah, bin ich doch noch ein bisschen pünktlich hier. Da wird, will keiner einsteigen, oder was? Leute. Warum will keiner einsteigen? Okay. Dann halt nicht. Dann fahre ich alleine weiter mit meinen Jungs hier. Darfst man gerade sagen, ey. Ich bin ja auch gelangweilt von euch. Ich bin ja auch gelangweilt von euch. Leute, irgendwie. Ja, Bodenwelle. Ideal. Was ist jetzt das nächste Bild? Nö, doch nicht. Na, kommen wir am alten Sägewerk vorbei, Jungs. Und Mädels. Finde ich Bock, gleich eine Runde Feier zu gehen. Seid doch sonst auch immer am alten Sägewerk, am Abzappeln. Ah, der Bus fährt ganz langsam hier hoch. Hinter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch spannend. Ja, glaube ich nicht. Irgendwann ist die Serie auch ausgelutscht. Wow, stehen da so viele Leute. Es gibt hoffentlich Kohle diesmal. Danke sehr. Hoffentlich steigen die auch alle in meinem Bus ein hier. Standard. 3,80 Euro. Standard. Ja, brauchst du eine Fahrkarte? Dann bekommst du eine Fahrkarte. Oh, sogar passend. Schön. Was ist mit euch? Riespiepen. Wollt ihr nicht auch einsteigen? Dann halt nicht. Wir machen mal eine Fahrkarte-Kontrolle hier. Augenblick da. Hier bitte. Oh, das brauchen wir nicht gleich anzuschreien. Augenblick da. Oh, Augenblick. Augenblick. Was? Ach so. Hier. Augenblick da. Hier bitte. Was habt ihr heute mit eurem Augenblick da? Hier bitte. Wo hab ich denn? Oh nein. Ich hab sie verloren. Haben sie nicht gerade bezahlt bei mir? Hm. Ach ne, das war die hier. Jejeje. Ja. Schön. Haben wir wieder eine Schwarzfahrerin erwischt. Das gibt extra Kohle, Jungs und Mädels. Ja. Äh. Noch ein Tag. Ist dann schon wieder Wochenende. Wir haben doch heute Sonntag. Da wird doch normalerweise gar nicht gearbeitet. Für manche Leute. Ihr ist heute nicht nacharbeiten. Ja. Wir auch nicht. Aber ich muss. Ich muss Geld verdienen. Ich muss die Strecken freifahren. Damit meine Zuschauer was zu sehen haben. In den Let's Plays. So. Alle aussteigen. Da kommen jetzt neue Leute hier. Nach hinten steigen welche ein. Okay. Ich hoffe mal, dass die eine Fahrkarte haben. Altes Sägewerk. Altes Sägewerk. Oh. Wo ist denn das alte Sägewerk hier? Habe ich eigentlich noch nie so drauf geachtet. Hier waren wir schon, ne? Ja. Wir fahren ja die Strecke im Rundfahrtmodus. Hallo, Leute. Will keiner. Will keiner? Okay. Fahre ich wieder. Was? Erzähl schon. Bin auch neugierig. Ich denke mal, wir müssen jetzt zum Omnibus-Bahnhof zurück. In der Rundfahrt. Oh, hier ist 50. Oh, wo ist die nächste Haltestelle? Ach, da hinten. Ei, 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 wir müssen gleich schon wieder da rum. Ja, irgendwas stimmt hier nicht, oder? Wie lange müssen wir denn jetzt rumfahren? Als Sägewerk, da waren wir doch schon gerade. Also, die Strecke im Rundfahrtmodus, äh, die mag ich, glaube ich, nicht so wirklich. So, da fahren wir mal ein bisschen rissanter. Ich wollte schon riskanter sagen. Äh. Oh, der quält sich auch hier. Bisschen schneller hier. Ja, der Dialog, der war echt bescheuert jetzt. Oh, was ist denn los mit dem Bus? Leute, ihr seid zu schwer. Boah, der Lastwagen wird uns ja überholen. Nein, das geht gar nicht. So, perfekt, ja. Ist alles perfekt. Na, hat der bezahlt? Wollen Sie die denn noch? So oft ich möchte, mein Freund. Ja, weiter geht's. Weiter geht's. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht nochmal eine Rundfahrt machen. Das wäre nämlich ganz schön blöd. Murmeln, 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 murmeln. Ist ja schon wieder an seinem Murmeln. Hier haben wir vorhin gehalten. Hier haben wir vorhin gehalten. Biss mal geradeaus. Ah. Okay. Das ist doch schon ein bisschen was anderes hier. Meine Güte, die Bau... Leute, wie langsam fahrt ihr denn? Jetzt gibt er Gas. Scheiße. Oh, ich höre die Kühe. Die Kuhglocken. Mord! Oh, 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 Leute. Alter, Schwede. Nicht bremsen, fahren. Hier kommt jetzt einer von links. Hier müssen wir nicht halten. Und jetzt... Was ist die Quai? Ich weiß nicht. Was ist da... Oh, 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 my God. Was ist das für Schlaglöcher? Behren sie doch mal die Augen auf. Nein, ich sehe sowieso nichts mehr. Bin doch schon halb blind. Boah. Huh, ich freische nochmal hier rum. Wass müssen wir... Was hat jetzt... Ist das jetzt diese hier? Nee, das ist die noch nicht. Dann müssen wir die nächste. Stimmt, wir müssen wieder in die Lärchenstraße zurück. Nächste rechts. Ja, da ist er. Ja, du brauchst gar nicht so zu winken. Ich halte doch. Junge, Junge, Junge. Du hast gesehen, dann macht die so. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Standard, zwei Tickets. Jawohl. Danke. Bitteschön. So. Wollte keiner mehr, ne? Waldsonntag? Wir haben schon Sonntag. Mein Freund. Ich weiß ja nicht, wo du lebst. Aber anscheinend nicht auf der Erde. Was stinkt denn hier so? Ja, ich habe hier gerade mal einen fahren lassen. Ich habe gedacht, das merkt eigentlich keiner. Da musst du kräftig einatmen. Einatmen. Ist gesund. Oh, das ist dann mal gut. Geht auch mal gut. Dann lasst fliegen. Ja, der Rundfahrtmodus geht echt lange. Ich hoffe mal jetzt Siegwald und Lido und dann wieder zurück. Müssen wir in die Altstadt fahren. Zum Hauptbahnhof, glaube ich. Hoffe doch. So, was ist jetzt hier? Was ein Idiot hier. So, jetzt fahre ich. Hast du gestern das Konzert im Alten Sägeberg gesehen? Wir haben ja echt mal gerockt. Ich rocke gleich noch mit euch. Oh. Das war knapp. Einmal gerade den LKW rasiert an der Seite. Ja, sicher. Mit deiner Mutter. Oh, ich kann nicht bremsen. Uiuiui. Langsam fühle ich mich hier wie ein Formel 1 Fahrer. Wiedersehen. Wiedersehen. Und tschüss. Kann ich später eine Fahrkarte haben? Ja, aber nur eine. Ich habe nämlich gleich kein Wechselgeld mehr hier. Danke. Bitte. So. Das sind hier Gruben, sind das? Keine Schlaglöcher. Ui! Oha. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, die Strecke nenne ich eine Formel-1-Strecke um hier. Weiß ich nicht. Nürnbergring oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, wie diese alle heißen. Ich brauche mal eine Fahrkarte. Standard. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Das ist echt nicht mein Wetter. Also Standard oder extra schnell? Eine Fahrkarte, bitte. Ja, die haben fast alle passend. Ja, bist du schon wieder vorbeigelaufen? Nee, 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 nee. Jedes Mal der gleiche Typ, glaube ich sogar. Aber 17,80 Euro. 1, 2, 3, 4. Ich bleibe hier. So. Brouillère. Brouillère heißt das. Oh, jetzt, glaube ich, zurück. Ja, ich habe doch... Alter, ich habe dir vorhin schon gesagt, ich fahre ein Renn mit deiner Mutter. Nein, ich passe nicht mehr auf. Ich will zurück. Ich fahre jetzt so, wie ich das für richtig halte. Und ihr haltet die Schnauze da hinten. Ich bring euch schon sicher ans Ziel. Bringen Sie mal ein bisschen auf die Bremse. Nein, morgen. Woah! Hat er doch wohl recht gehabt. Ähm, ja. Rückwärtsgang. Äch. Was geht noch? 2000? Eigentlich human. Oh. Machen wir das umfahren? Haben Sie einen an der Waffel? Ja, klar habe ich einen an der Waffel. Aber das hättest du vorher wissen müssen, bevor du eingestiegen bist. Junge, Junge. Heute sind die... Heute sind die Fahrgäste aber frech hier. Kann doch nicht wahr sein. Ich werde hier nur gemobbt. Meine Fahrgäste. Ja, wir sind gleich da. Könnt ihr alle aussteigen. Mir ist scheißegal. Oh, fangen wir mal an. Die nächste. Die nächste links. Ja, klar haben wir es eilig. Wir haben gerade einen Unfall gebaut. Obwohl, wir liegen noch gut in der Zeit, glaube ich. Ähm. Ja, hier lang, ne? Also richtig. Ei, ei, ei. Also dieser Rundfahrtmodus gefällt mir gar nicht. Leute. Der zieht sich ein bisschen lang. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In der Hinten? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht. Und der hoffnest... Ja, momentan läuft doch gar keiner. Oder läuft ein Superheldenfilm. Leute, schreibt mir in die Kommentare. Was läuft zur Zeit im Kino? So, sofort wieder rechts. Jawohl. Dann sind wir richtig. Ich glaube, wir müssen wieder... Ne, ja doch. Alte Bucht 5. Ah, da sind wir genau richtig hier. Was machen Sie so? So. Weg aus, ihr Gesindel. Papa macht jetzt Feierabend. Aber eine anstrengende Fahrt. Ja, also... Was habe ich gesagt? Haben die doch ihr Müll liegen lassen? Erst sich noch beschweren hier. Wo ist denn der Müll? Ja. So. Bus ist sauber. Fahrt abgeschlossen. Elfmal über Schlaglöcher gefahren. Ja. Eine Kollision. Ja gut, können wir mitleben. Wir haben 115.000 eingenommen. Oh, jetzt kriegen wir richtig Kohle durch die vielen Fahrer, die wir eingestellt haben. Ähm, ich hoffe mal... Ja, wuii. Ja, zwei Strecken haben wir erledigt. Das ist doch super. Dann, ähm, würde ich sagen, in der nächsten Folge gibt es die nächsten zwei Strecken. Ich denke mal, das werden wir es schaffen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, äh, gebt das Däumchen hoch. Abonniert mich und, äh, bleibt so auf dem Laufenden. Äh, es denke ich mal, wird noch interessant. Ansonsten, äh, wünsche ich euch noch einen schönen, angenehmen Sonntag. Und... Tschau, tschüss. Untertitelung. BR 2018